Hallo, in diesem kleinen Film hier will ich mich jetzt mit der Verwendung von Grafiken und Abbildungen in PowerPoint beschäftigen und auch noch ein paar Worte verlieren über die Verwendung von Animationen während einer Präsentation. Da erlebt man immer wieder die tollsten Sachen und ich kann euch jetzt mal schildern, wie das so auf einen Prüfer wirkt. So, dann sehen wir doch mal, was wir hier haben. Eine leere Folie. Ja, und was soll das jetzt? Seht ihr, und genau das fragen sich die Prüfer auch. Wenn ihr mit einer Folie beginnt oder auch wenn ihr zwischendurch eine einblendet, auf der nichts draufsteht. Also bitte immer wenigstens irgendein sichtbares Element auf der Folie einblenden, wenn sie erscheint. Und wenn wir jetzt schon mal beim Einblenden sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt mit den Unterpunkten auf dieser Folie um? Alle gleichzeitig einblenden oder nacheinander. Nun, es kommt drauf an. Wenn ihr zu jedem dieser einzelnen Punkte auf der Folie ziemlich viel zu erzählen habt, dann blendet ihr die einzelnen Punkte nacheinander ein. Wenn die Punkte aber nur eine Aufzählung sind, zu der ihr kurz einige Statements abgebt, dann würde ich direkt alle einblenden und sie dann nacheinander kommentieren. Ihr könnt übrigens trotzdem das Augenmerk immer genau auf den Punkt lenken, zu dem ihr gerade etwas sagt, indem ihr eine kleine Clipart verwendet, die dann genau zu dem Zeitpunkt erscheint, zu dem ihr über diesen einzelnen Punkt sprecht. Also zum Beispiel bei der stufenweisen Einführung beginnen wir zunächst bei den Produkten und ihrer Verpackung. Anschließend wird dann der Fuhrpark umgestaltet. In der dritten Stufe werden wir das Werk mit den entsprechenden Corporate Identity Symbolen versehen. Und schließlich am Ende wird auch die Belegschaft hauptsächlich kleidungsmäßig mit dem neuen Corporate Identity versehen. Solche kleinen Cliparts findet ihr in Hülle und Fülle innerhalb des Programms PowerPoint. Seht einfach mal bei Einfügen und dann Piktogramme nach. Und wenn euch das nicht ausreicht, dann schaut euch mal bei Pixabay um. Dort findet ihr jede Menge Illustrationen, Grafiken oder auch Bilder, die ihr frei verwenden könnt. Machen wir jetzt weiter mit dem Thema Tabellen. Meistens tauchen Tabellen auf im Zusammenhang mit Berechnungen, zum Beispiel von Kosten oder Budgets. Und man macht dann gerne den Fehler, dass man diese unheimlich genaue und detaillierte Berechnung der Werte in Excel quasi als Beweis hier im PowerPoint auf eine Folie packt. Das ist zwar gut gemeint, bringt dem Zuschauer aber nichts. Denn er ist in der gegebenen Zeit nicht dazu in der Lage, die Details, die dort zu sehen sind, zu erfassen und schon gar nicht sie nachzuprüfen. Also reduziert die Tabellen auf die wichtigsten Informationen und glättet die Zahlen dabei, also rundet sie ab oder auf. Kein Betrachter und auch kein Prüfer würde in einer solchen Tabelle den Wert 31.572.050 Euro behalten. Man würde automatisch im Kopf die Zahl glätten und behalten, dass ca. 32 Millionen Euro am Budget benötigt werden. Also macht ihr das am besten genauso in eurer Tabelle. Wenn später jemand genauere Zahlen haben will, dann kann er euch im Fachgespräch danach fragen und ihr könnt sie ihm dann nennen. Diagramme sind eine sehr schöne Methode, Zahlen, Werte und vor allem Anteile optisch darzustellen. Wichtig ist dabei aber, dass der Zuschauer auch hier sofort und schnell erkennt, worum es geht. Wenn ihr schon, wie auf dieser Folie hier, vier Diagramme braucht, dann packt immer nur eine auf eine Folie und zeigt sie dann nacheinander. Das macht zwar etwas mehr Arbeit, erreicht aber dann auch seinen Zweck. Diese Folie mit den vier Diagrammen würden sich die Prüfer gar nicht erst ansehen, sondern nur euch zuhören, wie ihr die Zahlen nennt. Und diese Reduktion und Klarheit wendet ihr am besten auch bei den Diagrammen selber an. Genau genommen gibt es hier bei diesem Diagramm oben bei den ausgewählten Materialien sechs Kleinstpositionen, die man zwar, wenn man besonders ordentlich sein will, einzeln aufführt, die aber dem Betrachter nichts sagen, abgesehen davon, dass er es kaum lesen kann. Also auch hier zusammenfassen. Zum Beispiel zu einer Position Sonstiges. Dann wird das ganze Diagramm wieder übersichtlicher und auch hier, wenn jemand es genau wissen will, kann er euch später danach fragen. Übersichtlichkeit geht bei solchen Präsentationen eindeutig vor Exaktheit. So und jetzt noch ein paar Worte zu den Animationen. PowerPoint bietet ja eine große Anzahl von Möglichkeiten, Texte oder Abbildungen beweglich erscheinen zu lassen. Meine Erfahrung, bitte geht damit vorsichtig um. Es ist zwar schön, wenn sich dort etwas bewegt, aber es passiert ganz schnell, dass damit vom Inhalt, von dem, was gesagt wird und auch von euch selbst abgelenkt wird. Stellt euch vor, ihr seid Prüfer und sitzt jetzt da schon seit einigen Stunden und seht euch dann so etwas hier an. Dann seid ihr die ganze Zeit gedanklich nur damit beschäftigt, euren Kopf so zu drehen, dass ihr der Schrift folgen könnt. Und ihr werdet abgelenkt vom Inhalt und von der Person, die präsentiert. Wenn nicht irgendetwas Dringendes dagegen spricht, dann verwendet möglichst nur die Animation Einblenden. Das ist ruhig und erfüllt vollkommen seinen Zweck. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn eine solche Animation die Dramaturgie dessen, was ihr gerade sagt, wirkungsvoll unterstützt. Wenn das Gesprochene bei dieser Folie zum Beispiel lauten würde, Zuerst war da eine Idee. Die kam von der Unternehmensleitung. Dann haben wir zur Planung ein Projektteam gegründet. Die Entwicklung haben wir einer externen Agentur übergeben. Und dann sollte die Umsetzung in den Medienmix erfolgen. Nach reiflicher Überlegung aber und nach Hinweisen aus dem Controlling haben wir dann doch nur einen Qualitätscheck zur Evaluation dessen, was die Agentur entwickelt hat, eingeschoben. Ihr seht, hier macht das Erscheinen von Links dieses kleinen Zusatzpunktes durchaus Sinn. Das unterstützt hier die Dramaturgie. In solchen Fällen könnt ihr gerne eine sich bewegende Animation einsetzen. Und zum Schluss jetzt noch ein Tipp, der dabei helfen soll, das Zeitmanagement am Ende eurer Präsentation etwas entspannter zu gestalten. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, hier rechts unten, dass hinter der Foliennummer noch immer dieses X steht. Dieses X steht für die Gesamtanzahl Folien, die in der Präsentation verwendet werden. Das ist ein Trick, den ich allen Vortragenden empfehle. Stellt euch vor, gegen Ende der Präsentation, die ist ja immer zeitlich genau limitiert, Seid ihr bei der Folie 18 von 19. Wenn ihr dann die Zeit leicht überzieht, dann sehen die Prüfer rechts unten, oh ok, wir sind auf der vorletzten Folie, lassen wir ihn oder sie mal machen. Wenn da aber nur Folie 18 steht, dann werden die Prüfer gegebenenfalls nervös und fangen an, euch auf die Zeit hinzuweisen oder vielleicht sogar euch zu unterbrechen. Das kann man mit einem solchen kleinen Trick vermeiden. Schick, gell? Leider macht PowerPoint das aber nicht automatisch. Deshalb muss ich euch hier kurz erklären, wie man das macht. Ihr öffnet über das Menü Ansicht den sogenannten Folienmaster. Dann seht ihr hier oben einmal den Folienmaster selbst. Das ist eine Folie, bei der alle Elemente, die ihr darauf anbringt, später auf jeder Seite eurer Präsentation zu sehen sein wird. Darunter sind Unterfolien für verschiedene Zwecke. Zum Beispiel die erste hier dient dazu, eine Titelfolie zu erstellen. Die zweite ist die, die ich am meisten verwende. Das ist die hier mit dem Rautengitter im Hintergrund. Dieses Gitter habe ich übrigens selbst erzeugt. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr PowerPoint öffnet und so etwas nicht findet. Und wenn man jetzt auf diesen Unterfolien hinter dem Platzhalter für die Foliennummer, einen Schrägstrich und dann die Gesamtanzahl an Folien in der Präsentation, ich habe das hier mal mit dem X symbolisiert, einträgt, dann wird das später auf jeder dieser Folien in der Präsentation zu sehen sein, für die ihr diese Unterfolie verwendet. So, dann schließen wir jetzt mal diesen Folienmaster und sehen, was passiert. Tja, und das ist jetzt wieder so etwas Nettes bei PowerPoint. Es passiert erst mal gar nichts. Ihr seht, rechts unten steht immer noch nur die Foliennummer. Also, was müssen wir tun? Wir müssen zunächst oben beim Menü Einfügen das Fenster für die Ein- und Ausschaltung von Kopf- und Fußzeile öffnen. Hier entfernt ihr dann zunächst einmal das Häkchen für die Foliennummerierung und schließt dann das Fenster. Die Foliennummerierung auf der Seite verschwindet. Dann öffnet ihr dieses Fenster erneut und setzt das Häkchen bei der Foliennummerierung wieder ein. Und nach dem Schließen seht ihr, jetzt wurde der Platzhalter übernommen. Bitte achtet aber darauf, wenn sich im Laufe der Bearbeitung später die Gesamtanzahl der Folien ändern sollte, dann müsst ihr am Ende, bevor ihr die Präsentation vorführt, auch den Platzhalter für die Folienanzahl im Folienmaster noch einmal ändern. Sonst steht da unter Umständen Folie 23 von 21. Okay, das war es jetzt also zu dem Thema Grafiken und Abbildungen. Und ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, seid vorsichtig mit der Verwendung von diesen Animationen. Ja, das sieht toll aus, wenn sich da dauernd etwas bewegt, aber passt auf, dass es nicht zu sehr von dem ablenkt, was ihr sagen wollt. Ihr bekommt eure Bewertung nicht für die Animationen, sondern für den Gesamteindruck, den die Präsentation auf die Prüfer gemacht hat. Dabei viel Erfolg!